jetzt habe ich dich aber schon eingeladen ist ja gut ich komme ja schon muss bloß den neuen hut für mein auto wählen schick sehen sie aus das war doch letztens auch so mein auto an also wirklich so gucke ich dein auto an richtig richtig was nehmen wir da mal oh ja weihnachtskakao jetzt muss da der weihnachtskakao drauf was denn jetzt habt ihr jetzt dein auto erst gesehen ja ich bin auf klitzern du kannst du die farbe noch ein bisschen ändern nach pink dass das so ein bisschen da geht nicht mehr doch klar warte versuch mal das ein bisschen pinker zu machen ich habe es auch gemacht das ist so lila das war kein ping ich habe hier guck ich wähle pink aus okay naja okay dann dann ach so weil das macht immer mal so bin ja alles klar ist es wechsel zwischen pink und lila komisch okay wir spielen es geht los ja okay ich muss mich jetzt mal daran gewöhnen dass ich mich jetzt so gut höre hier wahnsinn toll wenn ich denn auch wirklich laut also er ist also bei mir bist du kräftig lag ich weine in der stimme okay es geht los ich das wäre so ein cooles tor jetzt geht es jetzt schon los mit dem scheiß sorry die spinnen doch die leute das ist wie mich das triggert immer dafür bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin da eine es geht nicht doch es geht rein ja der soll mal lieber nuckeln und nicht so eine der kommt ganz doof ganz mies miese geschichte hier so aber gut geregelt hast du aber so richtig gut nimmst du schon auf ja natürlich haben auch schon unser erstes spiel also da kann natürlich alles schief gehen das ist vollkommen okay und deswegen führen wir auch nicht natürlich auch zurück beide von uns wir hatten beide einen ganz ganz harten arbeitstag heute schon ja das muss natürlich erst mal weichen das muss natürlich erst mal also der ganze tag sagt das genau sagt nun das wort ich war mir eine da zurecht jetzt kommt der blickte richtig wenn das jetzt noch drin gewesen wäre das wäre ja der wahnsinnig okay ich habe das total mies gemacht weiß auch schon wie wir das regeln wir werden einfach mit anderen leuten ich war auch schuld ich habe das total mies gemacht ja ich weiß auch schon wie wir das regeln werden einfach mit anderen leuten spielen das also das letztendlich geht das immer der hat mich immer noch der hat mich vor hast du gesehen oder der hat mich vor dem tor hat er mich ganz ja warte ich kicke es mir an da jetzt pass auf da wollte ich den hätte ich ihn ja und dann hat er noch mal und dann hat er noch mal oder kann ich einfach noch mal ohne zu fragen geht nicht nein ohne zu fragen geht nicht so ich bin mir nicht okay da ist er doch also es war er aber ja natürlich die sind uns die sind uns nicht das ist aber denkt an die letzten spiele die wir da gewonnen haben ja aufgenommen es war über ps aber es war okay es war okay die waren toll ja die können die zuschauer aber nicht sehen aber die waren toll also jetzt habe ich nämlich abgedrängt ja und die auch also ich wollte ihn weg irgendwie ja ich habe ich ja meine ane ich Mit Schmackes und Spucke und so. Sicher. Was mit Spucke? Mit ganz viel Spucke bitte. Mit Spucke oder ohne Spucke. Mit Spucke. Hey Spucke, komm mal her. So ein alter Polizistenwitz. So ein Gefangenenwitz. Aber ich geh jetzt auf die Details nicht näher ein. Das ist wahrscheinlich dann nicht für Kinder so geeignet. Für Kinderohren nicht geeignet. Nein, 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 nein. Ausgespielt. Schön. Wir liegen 7-0 hinten. Und Pinky sagt immer noch, geil. Aber man muss den Spaß sehen. Man muss den Spaß im Spiel sehen. Auch wenn wir jetzt 8-0 zurückliegen. Wir haben noch eine Minute. Minute 43. Ah. Hass. Los, mit Hass, Frau Pinky, jetzt. Mit Hass an den Ball. Okay. Ganz first. Ich hab grad abgedrückt, weißt du. Ich denk mal. Frau Pinky war grad auf Toilette. Hat sie grad gesagt. Sie hat grad abgedrückt. Sie hat grad abgedrückt. Das ist jetzt Jugendjargon. Ich hab abgedrückt. Oh, volle. Oh, 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 oh. Jetzt wird er aggressivter, Luffy. Guck ihn dir an, du. Junge. Jetzt geht's gut. Pick damit, Pinky. Jawoll. Komm, Challenge. Die schaffen nicht 10-0. Okay. Ja? Dann haben wir nämlich trotzdem gewonnen. Oh. Oh, schön. Schön, Murphy. Schön. Ich hab jetzt wieder eine Aufgabe. Ja. Okay. Hä? Ja, ach, wieder nicht. Ach, wieder daneben. Ja. Ach, Manu. Bitte. Du, was hast du, Pinky, das habe ich genau gesehen, was du da wieder dir geleistet hast. Super, super hier reagiert von der Frau Pinky. Ja, schaffst du, schaffst du? Jawohl, aber der geht nicht rein. Ach, der teilt doch, wer das ist, aber den spielen wir nicht nochmal. Ach, schaffen die trotzdem nicht ihre 10-0. Ach, schön. Happy New Year. Wir sind leider erst in den letzten 20 Sekunden mitten ins Spiel reingekommen, Leute, das tut mir leider in so viel Zeit. Man braucht ein bisschen länger, um sowas aufzuholen und es geht mir dann so nicht. Ja, Pinky ist schuld. Äh, was? Nein, oh, feiert euch, ja, los, macht's. Ja, ihr seid so spitzenmäßig, eilen, obergeilen. Guck mal, die haben's schon verlassen. Ja, 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 richtig so. Grüß dich. Buffy, hä, warum gehst du? Hä? Warum gehst du raus? Ja, ich wollte bloß ins Hauptmenü, geh nochmal auf was. Geh nochmal, komm mal hinterher. Komm mal hinterher. Los, hör mal. Ich komm, ich komme mal hinterher. Bist du schon da? Ich bin da. Gut, dann können wir wieder suchen. Mal sehen, was wir jetzt für Leute kriegen. Ich muss ja meine Wortwahl zügeln. Ja, zügel dich. Zügel mich. Ja, zügel. Zügel. Ich muss mal einen Schluck trinken. Oh, das habe ich vergessen, mir hinzustellen. Ja, siehst du. Ich habe jetzt Hüttenzauber gekauft, wa? Hüttenzauber. Ja, das ist so Glühwein ohne Alkohol. Ach, deswegen kenne ich das. Ach so. Ja, ja, voll lecker. Ich habe mir jetzt so einen, also es gibt jetzt, die gibt es wahrscheinlich länger, aber ich habe es für mich jetzt entdeckt, solche, äh, solche halben, solche kleinen, wie beschreibe ich das, solche Becher mit Suppe drin, mit, äh, zum Beispiel gerettete Karotten, also die sonst weggeschmissen wurden, wären und davon haben sie dann noch Suppe gemacht und die ist toll, total lecker. Also da gibt es Tomatensuppe und Karottensuppe und auch Kartoffelsuppe, ich habe heute die Karottensuppe gekostet und die ist sehr, sehr lecker, sehr, sehr lecker. Oh. Man muss ja den Weihnachtsspeck etwas vorarbeiten, also entgegend, äh, äh, Dingsen und dann gibt es heute Abend erstmal nur eine Karottensuppe für Milch. Jawoll. Ich habe nämlich heute von einem Schüler auch, äh, Schokolade gekriegt, die ich leider schon gegessen habe und, äh, das waren belgische Pralinen, kennst du das? Ja. Oh, sind die da. Oh, guck mal. Das ist so toll. Oh nein, nein. Oh, oh. Hast du schon mal belgische Pralinen gegessen? Ja. Die sind so lecker. So lecker. Außer diese mit, mit Karamell, die waren nicht so, aber alle anderen. Was? Ja, ja, ja. Ich liebe Karamell. Ja, ich mag das auch auf dem Eis und so, aber da diese eine, weil's, die hat so ein bisschen, kannst du? Ja. Ja. Kannst du? So ein bisschen, ja, auch ein bisschen. Aber nur ein bisschen, okay. Wir können ein bisschen. Ein bisschen zu sehr nach, nach, wäre das echte, hier, wie sie diese Riesen geschmeckt. Oh, lecker. Ich mag die überhaupt nicht. Nee, da komme ich nicht. Das, nee, das ist, ja. Was, da kommst du nicht? Murphy, bitte. Wenn du wiederkommst, bist du zwei Fingern größer. Also, das war Fruchtzwerge. Nee, was waren das? Doch, Fruchtzwerge, war das? Fruchtzwerge. Nein, ihr sollt auch, was machen die denn? Die spielen schon wieder viel zu, viel zu gegen uns. Die sollen noch mit uns spielen. Ja, die, genau. Ja, das weiß ich nicht. Hast du, hast du? Nee, wie denn? Ja, da. Torschuss habe ich aber trotzdem gekriegt. Ja, ich auch. Ich habe auch einen Torschuss gekriegt. Weg mit dir. Ja, da komme ich. Das war ein bisschen doof von mir. Abgebreit, ich habe ihn nur abprallen lassen. Es tut mir leid. Alles gut. Mein Herz. Ah, der geht oben drüber. Mein Herz erst. Oh Gott. Dribble. Jawohl. Drüber. Lieber drüber als da drunter. Was? Und Pinky, sie sind mir im Weg. Ja, ich merke das schon. Ja, es ist ja gut. Ja. Das Gespräch hatten wir schon. Ich möchte es nicht nochmal führen. Nein, wiederhole es nicht. Habe ich schon. Ah. 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 Da sind wir auch raus von denen. Also das müssen wir uns auch nicht geben. Wir wollen hier Spaß beim Spielen haben und wollen nicht so eine Klatsche kriegen. Wenn, dann sind das immer die anderen, die die Klatsche kriegen wollen. Also nicht wir. Nicht wir. Wir sind allergisch gegen Klatschen. Aber so richtig allergisch. Ja. Wir wollen keine Klatschen. Das können wir so gar nicht. Sorry. Ja, kein Problem. Ich hatte eh keinen Boost. So. Das habe ich natürlich gerochen. Ja, gut. Kriegst du jetzt, dass ich Boost habe? Nee, bist zu weit weg. Achso. Ja, da, da, da. Nee, nicht rückwärts fahren hier. Was ich doch gar nicht. Ich meine auf den Gegner. Achso. Der wollte rückwärts das Turm machen gerade. Ich habe keinen Boost. Oh, das habe ich nicht gerochen. Du warst zu weit weg. Weil ich immer so gut rieche. Was? Dann riecht man den Boost nicht. Ah, okay. Hast du ein Lieblingsverfügung? Oh, nee. Ich habe zu vieles. Das ist aber typisch Frau wieder. Der ganzen Schrank voll. Ja. Pusel. Oh, ich kann mich auch immer nie entscheiden. Also mein Geheimtipp ist ja immer Kenneth Cole. Ich habe immer Kenneth Cole als Parfüm. Weil das haben nämlich nicht so viele. Weil jeder Arsch hat ja hier, was weiß ich, Hugo Boss oder wie heißt das andere, was alle haben. Max? Wie heißt das denn? Da habe ich letztens erst noch eine Probe gekriegt. Na, wie heißt das denn? Code. Armani Code. Okay. Ja. Und da riecht, also wenn wir auf Events irgendwie spielen, riecht jeder Zweite danach. Entweder nach Hugo Boss oder nach Armani Code. Und das ist dann eine große Suppe. Und da macht das keinen Spaß. Ich benutze ganz gerne Bruno Banani. Ja, das ist okay. Diese schiefe Flasche, oder? Ja, genau. Also die mag ich mal ganz gerne. Ja, das ist nicht schlecht. Wir haben immer noch kein Tor, sag mal. Was geht? Wir sind hier voll am... Wir sind noch voll am Spüssel. Mitmachen. Oh. Warum hast du mir jetzt gelacht? Ja, weil wir immer noch kein Tor haben. Ach so? Okay. Ja. Spielt der eine für uns, oder was? Weg da! Aus dem Weg, die Pinky kommt. Halt'n Weg! Aua! Also! Also. Jetzt... Jetzt... Oh, jetzt... Jetzt werden sie aggressiv. Entschuldigung, dass ich hier im Weg stehe. Also wirklich. Nicht mal. Mann, ey. Ach. Ach. Huh. Das war's. Ach, Mann. 41 hat das Tor gemacht. 41. 42, verlassen bitte das Feld. Ja, weg, weg, weg mit dir. Wir wollen nicht. Echt mal. Wir wollen dich nicht. Nein, haben sie verdient. Es war ein harter Kampf um die Tore. Aber leider hat's dann doch nicht gereicht für uns. Ich hätte ja fahren müssen. Hopala. Oh, Höffi, Standardtor. Jawoll. 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 So, so wollen wir das sehen. Aber da war einer nicht da. Und das ist jetzt... Wut. Mhm, mhm, mhm. Das ist deine Tor-Animation jetzt? Nee. Nee? War die jetzt an? Nee. Ach so. Ich hab doch so Staub... Was hab ich denn als Tor-Animation? War das jetzt an? Ja, du hast Staub. Da, genau. Genau. Die hab ich. Das find ich irgendwie cool. Ich mag Staub. Das ist ja gut, das ist ja gut, das ist ja gut. Bleibst du doch mal ruhig, junger Mann. Ja, flippen Sie doch mal nicht gleich aus hier. Ey. Gut verschämter Bengel wieder hier. Ja, und schon liegen wir fast zurück. Ach, was für ein Würzeln. Da klaut sie mir den Boot. Ja, tue ich. Bist du denn noch hier, um den Ball reinzuschießen? Nee, bist du nicht. Ey, ich bin überall. Aber nicht da. Nein, auch vom Ton, da natürlich nicht. Oh, das ist auch. Das ist ja auch ne geile. Animation. Aber sowas von toll. Geil. Oh ja. Zeig noch mal, zeig noch mal. Zeig mal. Ich muss mein Tee wieder wegstellen. Murphy, Murphy. Was? Oh, du fahren musst. Ich wollte noch was schreiben. Ich kann das auch nicht schreiben, weil da mein Steam-Oberlay aufgeht. Ah, weg. Oh, weißt du, da fährt er erst nicht und dann entscheidet er sich doch. Aha, aha, aha. Das kenne ich. Was passiert hier eigentlich? Ja, oder? Also, was ist heute für ein... Also, heute ist nicht so unser Rocket League. Wir haben, glaube ich, alles Glück damals in der... Also, in der... War es gestern? Vorgestern? War es anders? In der PS4-Session haben wir... Alles verspielt. Oh, tata! Das war, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen. Ja, genau. Irgendwie so war das. Ja. Ja, da habe ich über PS4 gespielt und der über PC und... Ja, da haben wir alles ausgereizt. So richtig ausgereizt. Da haben wir so hoch gewonnen manchmal, aber... Und heute... Heute will es nicht gehen. Nee, nee. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied? Ein Lieblingsweihnachtslied? Oh, Less Christmas. Ach komm, jetzt hör doch mal auf. Warum? Ist das schön? Also, ja. Das klang jetzt wie... Ach komm, das Erste, was mir einfällt. Nein, das ist hier von... Und von diesen ganzen alten Liedern... Also, von diesen volkstümlichen Weihnachtsliedern... Hast du da ein Lieblingslied? Nee. Fallen dir da überhaupt welche ein? Ja. So sieht es nämlich aus. Wie heißt denn die? Mann! Das will nicht reingehen heute. Ach, shit. Oh, Gott. Alle Jahre wieder zum Beispiel. Oh, Gott. Alle Jahre wieder... Kommt das Christuskind... Auf die Erde wieder... Wo wir Menschen singen... Er hat mit... Okay, 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 okay. Okay, weiter, 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 weiter. Lasst uns froh und munter sein zum Nikolausi. Ja, das... Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, 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 tralalalalala... Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Das kennst du doch auch. Ja, weihnachtlich... Glanzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Ja, natürlich kenne ich das alles. Dingle, 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 dingle on the beat. What fun it is to ride anyone on the open play. Hey, dingle, bird. Ah, 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 oh. Oh, Gott. Jetzt fahre ich auch noch vorbei. Hehehehe. Dingle on the way. Oh, what fun it is to ride anyone on the open play. Yeah! Ja, do I go. I don't, I think a ride. To me, it's funny, bright. Must sing it by my side. What must lean and sing? What you know and don't. Start into a dream and bang and hear me gonna... Und alle single, man, single, man. Ich seh schon, dass das ist nicht so deins. Singen ist nicht so deins. Pinky will halt nicht mit mir singen. Hehehehe. Ich muss ehrlich gestehen, ich hasse singen, aber ich habe jemanden, der singen kann. Und das ist der liebe Murphy. Ja, Mann, ey. Das machst du ganz toll weiter so. Hört man eigentlich meinen Controller hier? Ja, das hört man. Ja. Aber nur eben gerade, als du so wild drauf gestoppt hast. Ah, okay, dann geht's, ja. Mit deinen zarten Fingerchen. Ja, ich hab ganz zarte Fingerchen. Du rufst mich gar nicht von hinten. Au. Ach, Mann, ey. Wir können heute keine... Doch, wir haben ja schon zwei, aber trotzdem... Ey, dieser... Piep! Das geht doch wieder... Nee, es geht nicht rein. Doch, der schießt rein. Doch, der geht rein. Weil dieser Piep... Nein, es geht nicht rein. Oh, geiler Typ. So, jetzt deiner. Ach, Mann. Oh, shit. Ah, jetzt habe ich dich auch mal zerstört, du. Äh, piep, piep. Piep, piep, piep. Oh. Ich habe das mal... gerade entfernt. Durchgelassen. Ich habe das hier mal durchgelassen. Man muss auch manchmal Sachen durchlassen. Mhm. Ah. Nee. Alter. Ist das der... Der zweite von ihm könnte sogar der beide... Der eine sein, den wir gerade hatten. Ja, ja. Ah, shit. Manu. Ja, gut. Soll das eben so nicht sein? Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und hören uns auch in der nächsten Folge. Hihi. Tschüss. Tschüss. Ich gehe kurz zum Hauptmenü. Tschüss. 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 Tschüss.